Okay. Und du hast keinem gesagt. Wollt es mutig sein? Und nicht ängstlich oder schwach. Und was hat das auch nie gemacht? Denn gerade diese Angst kann die Antenne für Gefahr sein. Du sagst, es kann doch wohl nicht wahr sein. Denn wer das Mond erst übermacht, ist es aus wie stark die Angst kann die Antenne für Gefahr sein. Du sagst, es kann doch wohl nicht wahr sein. Doch ich weiß, wovon ich rede. Ich hab sie oft endlich gehaft. Wenn du glaubst, dass du es trotzdem schaffst, dass du niemanden brauchst, sieh auch, dass du nicht der erste Fisch der einen Fehler macht. Du bist nicht allein, denk mir nach, wer deine Fehler noch mit auszubladen hat. Zweifel oder Angst kann die Antenne für Gefahr sein. Du sagst, es kann doch wohl nicht wahr sein. Und wer das Mond erst übermacht, ist es aus wie stark die Angst kann die Antenne für Gefahr sein. Denn das kann doch wohl nicht wahr sein. Denn ich weiß, wovon ich rede. Ich hab sie oft selbst nicht gehaft. Ich krieg die Kraft dabei und der Wille zählt. Denn Ehrlichkeit und Respekt dir fehlt. Ich hab sie oft nicht wahr sein. Ich hab sie oft nicht wahr sein. Du sagst, es war nicht wahr sein. Ich hab sie oft nicht wahr sein. Es ist aus, ich sag dir Angst, kann dir ein Pennel für Gefahr sein, du sagst es kann doch wohl nicht wahr sein, doch ich weiß wovon ich rede, ich hatte auch zu wenig Angst. Es ist aus, ich sag dir Angst, kann dir ein Pennel für Gefahr sein, du sagst es kann doch wohl nicht wahr sein, doch ich weiß wovon ich rede, ich hab sie oft selbst nicht gehabt. Ja.